Was, ist schon warm? Oha! Ja, komm schon. So. Warte. Ich kann die Gegner ja treffen. Und auch gleichzeitig. Weil sie warm. Ah, komm. Oh, ich hab gar keine Bomben. Oha. Ah, lacht nicht so hässlich. Der Typ nervt. So. Ah, Mann. Ja, ich bin gleich tot. Komm schon, komm schon. Jawohl. Auf deine eigenen Leute. Komm schon. Sehr gut. Oh, Mann. Scheiß Hand da. Na. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schaffen wir. Ja. Sieht gut aus. Komm schon. Alles klar. Komm, 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 komm. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Jetzt. So. Ja. Geschafft. Und wir kriegen hier die Unterwäsche unserer Mutter. und gehen weiter runter. Und sind jetzt in der Ebene gegen Mams ähm Herz. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir mal hier oben lang. Oh, was sind das für Teile? Oh, die sind aber lustig. Ich kenne nicht alle Gegner. Toll. So. Ich weiß nicht, wen ich jetzt... Habe ich beide getroffen? Alles klar. Ich habe noch immer die Pille. Für die Pille danach. Haha. Versteht ihr? Mutter. Okay, alles klar. Ich verstehe schon. So. Alles klar. Sehr nice. Oh, die Teile kann ich nicht ab. Die Teile kann ich nicht ab. Okay, das war easy. Easy SP. So, hier mal lang. Guten Tag. Feuer brauchen wir nicht mehr. Oh, lol. Der letzte Strahl vernichtete ihn. Hier kann man Blut ständen und dafür Geld bekommen. Mach ich aber natürlich nicht. Ähm. Das war gekonnt. Was ich mich immer frage, kann man hier nicht extrem Geld farmen? Weil die ja diese Kackhaufen machen und da kriegt man ja manchmal Geld raus. Oder kommt dann da kein... Ja, ich muss hier über die Blutspur von denen gehen. Das gibt halt Schaden von den Gehirnen. Ja. Lol. Das war nicht geplant, dass ich noch einen mache. Mache einen Setzer da. Aber es läuft ja bis jetzt gut. Und das ging schnell. Lol. Ähm. Okay, Pillen. Ähm. Verdammt. Okay, dann nehme ich die nicht. Jetzt haben wir unsere Angriffsstärke verloren. Aber ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Auf jeden Fall ist... Ach so. Der ist quasi, äh, unser Abbild. Jetzt checke ich's. So. Töte ihn. Ja, schließt nicht noch mehr ein. Ich brauche dringend Leben. Ich habe wenig Leben. Ich setze jetzt gleich, wenn ich noch einmal Schaden bekomme. Lol. Jetzt setze ich, äh, meinen Full Health ein. Full Health. Ich kann kein Englisch. Ich dachte, ich bin schon erbackt. Das wäre so genial gewesen. Jawohl. Und jetzt noch einmal so. Hä? Lol. Müsste ich das jetzt verstehen? Spucken wir Vaginas. Ich hasse sie. Boah. Schwer. Ja. So. Oh. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Sonst schaffe ich das nachher nicht. Lol. Was machen die? Was machen die? Ich will wissen, was die machen. Okay. Das machen die. Äh, ja. Geld. Alles mögliche. Lol. Voll viel Geld bekommen. Alles mögliche. Ach, je, mini. Ah, das erinnert mich aus dem Maden an SpongeBob. Wie heißt das? Äh, was sind das? Fadenwürmer, ne? Gewesen. Bei SpongeBob. Lol. Ja, das war jetzt nötig. Na, Mann. Alter. Der mobbt mich. So. Okay, wir haben extrem wenig Leben. Ich opfeinen Schlüssel. Äh, das wollte ich nicht. Lol, unfair. Hm, eine Bombe für eine Bombe. Genau. Okay. Wie ist es? Golex. Kann ich nicht. Ah, ich musste diesen Hinterteil treffen. Dann habe ich gewonnen. Irgendwie so war das. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow. Ah, Hinterteil treffen. Ja. Noch einmal. Okay, das war easy. Tear of Clubs. Oh, keine Ahnung. Nehmen wir das, das, das. Tears up wieder. Jawohl. Mams Perle, weiß ich nicht, was die bringt. Ich nehme jetzt einfach mal die, weil Krebs hat mir bis jetzt irgendwie nichts gebracht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Gut. Jetzt wieder letzte Ebene von Bosskampf. Ah. Alles klar. Hm. Jawohl. Jawohl. Äh, Wet Patch. Das war gut, das war gut. Das weiß ich nur. Das war gut. Ich merke mir nur, ob es gut war oder nicht. Lol, das ging schnell. Äh, kriege ich nicht durch. Hätte ich... Lol. Ah, okay. Ich dachte gerade, was soll an denen so schwer sein? Dann sind doch gleiche wie die Vaginas. Und weg ist er. Also Leben haben wir genug. Na, das haben wir wieder genug. Leben. Das Angebot nehme ich gerne an. Ah, jetzt kriegen wir auf jeden Fall ein Leben. Okay, das ist gut. Ja, super. Ich halte gedrückt. Jetzt letztlich nur eine geschossen. Also ich losgelassen. Ich schieße quasi nur, wenn ich einmal loslasse. Und ich muss ja nicht loslassen. Lol. Was soll das eigentlich darstellen? Magen? Gehirn nicht. Dafür ist es zu... Lol. Was das ist, habe ich auch keine Ahnung. Wohne so eine Form von diesem Lurry. Lurry. Ich wollte schon Lurry sagen. Aber nur in mehr abfuckenderer Form. Definitiv schwieriger. Und nerviger. So. Und dann haben wir noch... Das. Wir haben jede Menge Leben, sind noch stark. Nur... Ich bin halt nicht gut genug für das Game, ne? Ich glaube, man könnte es mit meinen Items schaffen. Nur ich selber werde es natürlich nicht hinbekommen. Weil ich einfach zu schlecht bin. Also so... Ich bin hier super schlecht, aber... Ich bin ja auch nicht hier die übelste Pro. Pro, pro, pro. So. Ja, wir bräuchten irgendwas, was uns nochmal so einen Schub gibt, ne? Okay, wir haben auf jeden Fall einen Geheimgang. Äh, wurde ja eh auf den Mapern gezeigt. Der nervige Typ. Wir dürfen schnell down gehen. Hoffe ich zumindest. Ja. Alles klar. So. Äh... Ja, wir werden erstmal hier rein. So. Das sind wir schon mal durch. Das zu hören ist ja nicht ein großes Problem. Ja. So. Mal einen Schlüssel. Danke. Was soll das hier werden? Lol. Äh... The Hanged Man. Ich kann kurze Zeit fliegen. Das wäre nicht irgendwo. Oh! Was macht der irgendwie? Fliegt der noch rum, oder was? Oh! Oh, wie putzig. Oh, wie putzig. Naja. Aber er versucht mich halt zu killen, ne? Lol. Das ging flott. Ich hab nix bekommen. Voll unfair. Oh. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ah, da beschwört er einfach mal ein paar Leute. Weil er selber zu schlecht ist. Und ich bekomme Geld. Äh, ja. Ich nehm einfach mal das. Scheint gut zu sein. Ich hab keine Ahnung. Gut. Oh. Nicht gut. Sieht bedrohlich aus. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu weit nach vorne gesunken bin. Also wenn ihr mich kurz nicht verstanden habt. Ah, ich mach das Spiel einfach ein bisschen leiser. So. Okay. Was muss ich jetzt töten? Ich muss die Herzen töten, ne? Damit diese Masken weggehen. Ich hatte den... Ich hatte einmal den Fehler gemacht, dass ich die ganze Zeit die Masken attackiert habe, statt die Herzen. Ja. So. Jawohl. Ja, das Willen, ey. Die Teile sind ja mal übels an Piss. Ja. Noch einer. Wo? Lol, hat der Leben. Ah, ne Münze gegen ne Münze. Ah, ne. Ah, ne Bombe gegen ne Bombe, oder? War das jetzt Bombe gegen Bombe? Ja. Weiß. Okay. Wir haben keine wirklich guten Updates und so, aber naja, ne. Machen wir's mal. Ah, gegen Mamsat. Schaff ich nicht. Okay, die hab ich schon mal weg. Ah, der Spawn, Spawn Gegner. Okay. Ja. Ja, easy. Ja. Ja, komm. Oh je. Komm schon. Komm, Spawn. Spawn wieder was. Das ist nicht wirklich schwer, was die da macht. Ja. Oh, was macht die denn da? Loll. Überpowert. Frissbomben. Oh. Ich muss hier weg. Jetzt, finaler Schlag. You unlocked Judas. Hurra. Oh, lol. Eine goldene Kiste. Dürfen wir jetzt rein? Oh, ich geh mal rein. So, was ist das? Uh, eine Kiste. Ist das der Moment, um ruhig zu sein, oder? Was ist das? Ja, okay. Wir haben es irgendwie durchgespielt. Und, ähm. Jetzt gibt's wohl irgendwie. Judas. Hab ich freigestellt. Äh. Damit will ich noch spielen. Und damit will ich noch spielen. Und, äh. Wenn ich dann wieder was freigestellt habe, dann wieder. Und dann gibt's wohl irgendwie Challenges. Das mach ich auch noch. Also. Jetzt kommt noch was auf uns zu. Aber, dann bedanke ich mich für's Zusehen. Und sage Tschö. Bis dann. Und man sieht sich. Tschö. Und dann war's.